Hör mal auf! Junge hör mal auf! Was willst du alter? Hör mal auf! Was willst du man? Hab aufgehört, danke. Ich hab mal überlegt, was wir machen. Was meinst du damit? Na, wenn Professor Dietmann uns fickt, man. Fick mir seinen Sohn Niko. Wenn's nicht mindestens ne 4 wird, dann bin ich raus. Die Wurensohne schmeißen mich dann raus. Ich doch auch, man. Verzick ich kurz. Guck mal. Alter, wo hast du die her, man? Alter. 9mm. Geh mal her, bevor du Scheiße baust. Was? Ich knall den ab. Was, du Knallschner? Ich lass mir das doch nicht gefallen, man. BAM! Den Wichser. Hurensohne. Komm mal klar, man. Was ist los mit dir, man? Das ist die Knarre, man. Da gibt's kein Spaß. Hast du Schiss, oder was? Hä? Der kleine Türke hat Schiss. Die Fresse, du Wichser, man. Ich hab keinen Schiss. Du hast Robster an der Narbe. Da gibt's die Knarre her, Mann! Gib die Knarre her, Mann! Da gibt's die Knarre her. Lass mal, Junge! Du gib die Knarre her, Mann! Du bist echt stärker geworden, dann mach das nicht nochmal, dann schlag ich zu. Ich geh jetzt zu Jenny. Ich komm mit. Ich komm mit.